Musik Es gibt in den verschiedenen Kategorien exzellente Vorschläge. Wir haben viele Postkarten, E-Mails bekommen, Vorschläge der einzelnen Sponsoren auch in den Kategorien. Also wir hatten eine tolle Auswahl, tolle Kandidaten und eher die Qual der Wahl. Wir hatten zu jeder Kategorie interessante Diskussionen, sehr lebhafte Diskussionen. Und das Entscheidende ist ja Düsseldorf, Düsseldorferinnen, Düsseldorfer, die in verschiedenen Kategorien Besonderes geleistet haben, Besonderes tun, dass wir die hier auszeichnen können. Und das auch mit einer Jury, die überwiegend aus Düsseldorfern besteht. Düsseldorf ist sehr geprägt von einer großen Vielfalt und die Personen, die da ausgezeichnet werden beim Düsseldorfer des Jahres, bringen diese Vielfalt auch ein Stück weit zum Ausdruck. Also die decken die ganze Bandbreite ab und jeder hat in seinem Bereich wirklich einen Unterschied gemacht.